Erst habe ich vorsichtig die Anna gefragt, dass sie mitfällt, die sagten jetzt, nein, dass ich Richard da arbeite. Ja. Und bei Anna hat jetzt auch auf jeden Fall eine Woche frei wie ich. Da haben die nämlich Betriebsferien. Ach so, ja. Da haben wir auch noch was. Ja. Wo ist denn unsere Beißer? Ach, die versucht den Ball zu kriegen. Hallo, Mami.